Ich könnte Sie um den nächsten Tanz bitten. Und Sie könnten einfach sagen, mir ist gerade nicht nach Tanzen. Und dann könnte ich sagen, naja, vielleicht ein andermal. Oder ich könnte das mit dem Bitten einfach lassen. Diana, hier geht's um dein zukünftiges Leben. Du kennst ihn kaum, er ist praktisch ein Fremd. Es ist nur so, er ist es, das weiß ich. Ich liebe dich, Robin. Ich fühle mich nicht besonders gut. Warte, ich helfe dir. Ich kann mich nicht bewegen, was ist das? Robin! Ein Beatmungsgerät, sofort! Er kann vom Hals abwärts nichts mehr bewegen, kann nicht mal mehr eigenständig atmen. Ich liebe dich und ich möchte, dass unser Sohn seinen Vater kennenlernt. So kannst du mich nicht lieben. Doch, kann ich. Hol mich hier raus. Robin wird das Krankenhaus verlassen. Niemand mit der Behinderung ihres Gatten kann außerhalb eines Krankenhauses überleben. Hat das schon mal jemand versucht? Robin? Robin! Wie geht's dir, Schatz? Viel besser. Zu Beginn meiner Lähmung wollte ich aufgeben. Doch meine Frau sagte, ich müsse kämpfen, um zu sehen, wie unser Sohn aufwächst. Dein Leben ist mein Leben. Ich will nicht einfach nur überleben. Ich will jeden Tag genießen. Meine Liebe. Mein Leben. Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich mich jetzt ordentlich betrinken würde, wo ich doch eh schon nicht mehr stehen kann. Ich beklage mich nicht aufwächst. Ich füge mich, wie es wäre, wenn ich mich ja nicht beden will. Ich bin manchmal für mich. Ich bin manchmal für mich. Ich bin natürlich für mich. Ich beklage mich. Ich bin manchmal für mich. Jetzt bin aber nicht nur bei dir. Ich bin ja immer überwächst. Ich bin ja. ich bin ja nie. Ich bin ja nie. Ich bin ja noch für mich. Ich bin ja nie. Vielen Dank.